ein wunderschönen guten tag hier bei einer neuen aufnahme letzt an jetzt test es falsch angezockt heißt es total seclusion keine ahnung für ewigkeiten runtergeladen kann nichts krasses sein wir gehen direkt rein ich habe nur kurz ja den sound ein bisschen leise gemacht und gut ist aha tutorial naja grafik ist on point holy shit die grafik ist richtig geil erinnert mich gerade ein bisschen an raft okay das anwesend ist das andere entspannt oh hier können wir was einkaufen wir haben kein geld zum crafting table gehen das ist ja auch wirklich sehr entspannt wir drücken e ich glaube wir können nix bauen das ziel des spiels kenne ich nicht was wir machen sollen weiß ich auch nicht oh continue gut breaking news marine biologist raw breaks has been reported missing it was last speaking oh da waren nicht so viele hits das sind ein paar viele oder sonst kann ich mal so hei an ok story ist angekommen das war's alarm 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 wait what breaking news marine biologist raw breaks has been reported missing 1.000 gold haben wir dollar oh lol man kann hier nicht mit escape zurück you have 15 davon sonst nichts die ersten fische kommen schon die haie sehr gut immer noch 1.000 dollar naja wir können nichts kaufen wir haben keine waffe das war dann wohl die runde ja das war dann wohl die runde das war dann wohl die runde so von vorne Wir haben 1000 Dollar Ach du Scheiße Wo fliegen wir hin What Das will ich aber Oh okay Das ist ne Okay warte 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 Ich will irgendwas craften Ich weiß gar nicht mehr wie ich bauen kann Was hab ich denn eben gedrückt Tab Aha Wir haben ne Waffe Okay Wir haben ne Waffe auf jeden Fall Was tap war das Wir bekommen ja mehr Items Wir haben nochmal 1000 Okay Wir haben das mal gekauft Okay sehr gut Jetzt können wir irgendwas bauen You have Da fehlt uns was Oh lol Ja ist schon eigentlich vorbei Wir haben zu wenig Munition Was ist das denn Ein Zauberstab Okay wir kaufen nochmal zwei von diesem komischen Zeug hier Zack Zack Dann können wir jetzt nen Bogen bauen ne Craft Jetzt brauchen wir Pfeile Und beiden jeweils eins Ja haben wir zwei Pfeile Da kommen wir wirklich weit mit Da kommen wir wirklich Sehr weit mit Wenn wir jetzt hier tab gehen Zack Das ist ein bisschen T drücken um nen Bogentyp zu ändern Oh Gott Ist glaube ich ein kleiner Bug Wenn man einmal ran visiert Passt das nicht so Wave kommt Wir warten jetzt erstmal ein bisschen Wir warten ein bisschen bis da einer reinkommt hier Ah Hit Bullet Drop im Spiel ganz klar Komm Der ist down Wir müssen aufpassen Mit der Munition Sehr gut Easy Mit dem Schuss noch Down Auch down Okay Ich will mal nen Bogen probieren Okay Wave finished Okay Erste Wave geschafft Easy Timetang 78 Oh what Was ist das Aha Ja das Spiel ist schon fertig Ihr seht das Der kam letztens sogar noch im Patch aus Das ist wirklich nice Spielspaß wieder hier on point Wir können hier ohne Ende Sachen einsammeln Ich trau mich gar nicht Wenn ich nicht unter Wasser komme Ist alles gut Grafitechnisch Oh Gott Also halbe Animation mag das Spiel nicht Gut zu wissen 2000 haben wir jetzt 2000 haben wir jetzt Wie lange schwimmen wir denn noch rum Oh Allah Ich bin mal richtig reich Ehre Gefällt mir Wir sind rich as fuck Ach wir schwimmen weit raus Wie lange dauert noch 200 Minuten Ja klar Oh Gott Also halb oben unten Ist das Spiel Der Übergang Man kann auch nicht schnell schwimmen Okay Ist kein Muss Ach du Was Schöne Himmel Schön animiert Man sieht es Man kennt es Man sieht es Ach wie das hier schön Komplett nah ist Toll Freue ich mich Sympathisch Wir können was kaufen Was haben wir 2000 Wir holen uns noch einen Revolver Hallo Wir haben halt nur vier Schuss Also neun Ja Aha Ne Ammo Box Zack Wo haben wir die Äh Wo haben wir die Items Entschuldigung Die Ammo Box Die zweite jetzt schon Ja ich weiß Ah Okay Ich seh schon Wir kriegen dann automatisch Dann kann ich ja kurz Boah Kann ich ja kurz rangehen Dann geht es weiter Komm Komm Keine Zeit hier Verschwinden Wo sind meine Opfer Diese Regenanimation 10 von 10 Es bringt gar nichts Ruhe auf die zu schießen Ich glaube wir sind an einem Punkt angekommen Wo ich euch schon alles von dem Spiel gezeigt habe Man kann wirklich craften ohne Ende Man kann wirklich alles kaufen Es macht einen Heidenspaß Nicht Wasted Time Vielen Dank fürs Zuschauen Bald kommt die nächste Folge angezeigt Haut rein Bis zum nächsten Mal Bye 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 気 Bye Bye Vielen Dank.